Starke Frauen in der Wirtschaft. Unternehmerin des Monats Juni 2014. Birgit Neckowitsch aus Radentein mit ihrem Unternehmen Blumenwerkstatt. Unseren Betrieb gibt es jetzt seit 90 Jahren. Mein Großvater hat ihn gegründet, 1924, mit ein paar Mistbeete und ein paar Glashäuser. Und der Papa hat zu mir gesagt, jetzt suchst du entweder einen Gärtner oder einen Elektriker. Und dann haben wir gedacht, ja, dann fahre ich halt nach Wien und suche mal einen Gärtner. Mein Mann und ich haben das vor circa 20 Jahren übernommen von meinen Eltern. Macht uns viel Freude mit den Mädchen zu arbeiten, mit unseren Mitarbeiterinnen. Und da wo wir jetzt stehen, das ist eigentlich die neue Gärtnerei, die besteht seit dem Jahr 2001. Da ist natürlich ein großer Schwerpunkt die Floristik. Also die größte Herausforderung für 2014 war, wir haben auch im Bad Klinkirchen ein Geschäft. Und da haben wir in NERZ einen neuen Standort bekommen und ein neues Geschäft eröffnet. Und das ist uns sicher sehr gut gelungen. Einer meiner Stärken als Unternehmerin ist sicher, dass ich schnell mit neuen Situationen umgehen kann und dann auch neue Lösungen finden. Dass ich überhaupt ein positiver Mensch bin, der eigentlich vieles nicht so schwer nimmt. Also für die Zukunft wünsche ich mir ein gutes Arbeiten mit meinen Mitarbeiterinnen. Dass die Kunden zufrieden sind und dass ich auch selber einfach Zeit für mich und für die Familie habe. Ich warte mal. Ich warte mal. Ich warte mal.